wieder so weit weg sein muss. Wir kommen nur ein Ornament, das ist jetzt nicht so extrem relevant aber was war jetzt nochmal hier mit mit Dings? Ah ok ich verstehe. Ich verstehe das heißt wir kommen, das können wir dann auch noch mal ein bisschen fixen Objekt befestigt Das sieht einfach aus irgendeinem Lager aus, oder? Dann fahren wir einfach zum nächsten Da haben wir jetzt noch einen weiten Weg vor uns Wir sind jetzt auch schon 15 Firmenvortritt 47% Ah ok Das heißt wir brauchen glaube ich 23.000 bis zur nächsten Stufe Äh Äh Ich glaube schon, das glaube ich zumindest Ähm Also 3, äh also 2 von 3 Super, aber die Sache ist etwas komplizierter geworden Wer hätte das gedacht Da es nur ein simples Ornament ist, ist es mir relativ egal und ich warte einfach die eine Stunde, bis wir da wieder was machen können Ja, kommen Sie rein. Was geht's? Ähm Okay, jetzt ist es willkommen Ist das das? Produktionspreis sortieren Ah Methaneis Ist natürlich auch gut Preisreduktion wurde beschlossen leider nicht Nein, 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 wir warten noch bis es aktualisiert wird, wieder der, 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 der Markt Wir haben sich über einen Mangel an Dings beschwert An Info Nächstes Astronautenteam trifft ein Nächstes Astronauten Interesser ... null ... Nächstes Astronauten Oh. Woher ist explizit? Haben wir hier Leute? Ne, ne? Ich bin verwirrt. Dann haben wir einen Deal, mein Freund. Verkaufen wir einfach mal ein bisschen. Holy. Ja, die kleine Beaumont-Jean. Huh. So, dann gucken wir mal, dass wir das hier ein bisschen steigern können. Transferroute wird überarbeitet. Das war eine Korruption. Oh. Alle Bedingungen sind offenbar erfüllt. Ich hatte gehofft, sie hier anzutreffen. Und jetzt hoffe ich, dass sie an einem kleinen Projekt teilnehmen möchten. Oh. Ach, komm. Ich bin aber nicht so, ne? Ich mach mal damit. Ich bin aber nicht so. Ich bin aber nicht so. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsmütern entdeckt. Äh. Ah ne, nicht hier. Ach ja, dann soll. Sollen wir sie hinbringen? Zum Flugzeug. Okay. Objekt befestigt. Sollen wir sie hinbringen? Haben wir... Könnten wir... Nee. Wir können ein bisschen, aber... Transferroute registriert. Aber nicht viel. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Dadurch verlieren wir halt auch wieder was. Nee, hier... Ach. Nein. Da fährt aber echt... Andocken erfolgreich. So ein bisschen ein Schiff interessiert mich ja. Ja. Wir sind jetzt hier eigentlich schon. Ich weiß nicht mehr, wo man sehen konnte. Das ist das Problem. sind unterwegs ausgezeichnete arbeit ich werde sie weiter empfehlen mir wurde gesagt dass ich sie hier finde ich habe einen auftrag der ihre kragen weiter haben sollte okay das ist einmal noch was brauchen wir noch mal der sektor hier links bonus überproduktion an methan eis brauchen wir zu viel für energie proben sie sich aus ich setze vollstes vertrauen in sie das würde ich so gerade eigentlich gar nicht machen aber das passiert ja gut das heißt wir haben jetzt einen überstoß an 22 oder auch nicht energieknappheit kundenanalysen zeigen unerfülltes bedürfnis an bestimmten gütern das gibt aber auch Nein Vielleicht ist es ja gar nichts anderes übrig Aber die Energieknappheit Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Gut, sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden Ich gebe mir Mühe Jetzt sollte das aber jetzt noch reichen Für die nächste Phase brauchen wir Motors Ne, Motors Wir können das sogar machen. Wir können sogar den Bau von einem orbitalen Raum machen Investitionen in Forschung möglich Beginnen Was, Investitionen in Forschung? Brauchen Sie mich für einen Statusbericht Wir können das sogar nachher Wir können das tatsächlich Wir können wiederholen Wir können ein Knochen Wir können dieseяжelungen Ähm, ach genau, ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ähm. Da habe ich nur so einen Radius. Shuttle kommt planmäßig an. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Kein bisschen. Die Wärmequelle kriegen wir noch hin. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber kriegen die hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm... Wir müssen die Provisionsrate steigen auf 100%, das ist das Ziel... Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Tiefdeko rein. Und da habe ich auch überall. 100%. Oh... 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 Was anderes waren die... Die neuen Sachen da... Ähm... Hier haben wir noch eine Nebenstraße angeboten. Bauen wir jetzt die Korallen... Für die Stimulantien... Jetzt haben wir 79%... Äh... Äh... Jetzt vergessen ist der Rhein, das ja so scheiden ist. Die sind nicht mehr in der Wärmequelle drin, da können wir nicht bauen. Können wir noch bauen... Zumindest bis dort... Was müssen für die Leute hier denn reinkommen? Oh... Schön sie endlich persönlich zu treffen. Konservennahrung... Ist dem Negativen... Deswegen... Vermutlich deswegen... Jetzt sind die Fische wieder dran... Fische haben wir hier oben nochmal... Platziert... Oh man... Warnung... Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern... Wenig Vitaminen dringend... I know... Ja aber auch... Allthine, irgendwo... Am 똑같i, geht以上... Wiragę... Könnten wir hier... Aber nicht mit Straßenernwendung... so vielleicht kriegen wir es noch 100% das ist die Frage wir brauchen halt jedes Mal irgendwie 20 Stück für sie mir wird sogar schon schwierig 80% das ist echt belastend oh man füllen wir erstmal wieder unser Schiff wo auch immer es ist direkt hier wo sollen wir den Schleppen die sollen wir zum globalen Naumhafen schicken dann fahrt da mal hin und das zweite Schiff wie sieht es jetzt hier aus die haben wir jetzt das alles platziert zum sprengen ok das heißt fahrt das Schiffen wir haben ja schon was wir sprengen objekt befestigt objekt befestigt und wird zum Dings transportiert äh Dings ach ja wir schon zum Raum ähm zum globalen Raumhafen aus ausgezeichnete Arbeit ich werde sie weiterempfehlen aktivieren den Zünder auch mit zwei funktionierenden Kanälen erfüllen wir kaum die Nachfrage Seyman International wird die Errichtung eines dritten kürzeren Kanals vorbereiten Sie hören von mir nächstes Astronautenteam trifft ein Versatzung Schätzung 22 Physiker ok ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter doch ich empfehle dass sie nicht so lange in der Schwerelosigkeit bleiben oh hochsicherheitslabor für das Bedürfnis nach Geheimhaltung platzieren sie es nahe der Wohngebäude um diese zu versorgen was ok oh 91% haben wir mittlerweile 91% auch nicht 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 ich schätze mal durch Upgrades bekommen wir noch ein bisschen mehr hin und obwohl ich etwas sagen gehen wir zurück zur Wildwasserbucht und versuchen die Vitamintrinkzufuhr zu erhöhen mal wieder ja 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 Mit dem Aktivieren haben wir noch mal die automatische Befeuerung. So wie sieht das jetzt aus. Kampfstationen einnehmen, alle Zugänge blockieren, niemand darf entkommen. Transferroute wird überarbeitet. Der Minus 15.000 ist natürlich schon brutal. Bestätigt. Wir werden angegriffen. Und wo denn? Wir werden beschossen. Weitere Investitionen in Forschung möglich. Wir werden beschossen. Waffensysteme bereit. Betroffschüsse aufwerten und so weiter. Kampfstationen. Da muss ich auch noch mal rausfinden, wie das Gewehrschmiss machen muss. Wir werden beschossen. Kampferfahrung ist aber schon mal gut. Jetzt bekommen wir. Wahnsinn wie viele Containerschiffe hier rumfahren. Wie viele große und kleine. Da kommen sie. Da kommen sie. Feuer frei. Alle zum Einsatz. Der Ende gehen wir mal dorthin. 18.500. Das waren so. Wir sind ja fast alle. Dampfstationen. Sie greifen an. Feuer frei. Koordinaten bestätigt. Waffensysteme bereit. Was ist das denn da? Was ist das denn da? Verstanden. Hier sind nur 2. Ok. Da kommen sie. Oh. 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 Du hättest einmal hinter den hier an. Oh. Du hättest einmal hinter den hier an. Ja. Perfekt. Perfekt. Aber wir werden Achten nehmen. Du wirst es schon sehen. Du wirst es schon sehen. Du gehst das Risiko doch ein, oder? Dring unsere Schiffe da weg, aber alle in einem Stück. Wir werden beschossen. Kampfstationen. Sie greifen an. Monsoon. Wir werden beschossen. Da kommen sie. Ich hab dein Schiff aufgemotzt. So, perfekt. Ich hab dein Schiff aufgemotzt. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Machen wir es mal. Bzw. haben wir es ja gemacht. Du bist am richtigen Ort. Nick hat alles, was du brauchst. Wirklich alles. Wo waren wir jetzt denn nicht stehen geblieben? Wir können mal beim Mohn gucken. Erstmal beim Arca schollen, dann bei der Orbitage. Dann können wir mal gucken, ob wir beim Mohn was machen.